Herzlich Willkommen in einem Online Plotter Marie mehrfarbig Plottenkurs. Heute lasse ich euch mal ein bisschen reinluschern in einen mehrfarbig Plottenkurs. Wir wollen euch nämlich mal so ein bisschen die Angst nehmen, was ist dieses Mysterium Live Kurse, wie funktioniert es. Es gibt ja schon einige Kurse auf dem Markt, die fertig aufgezeichnet sind, die man sich runterladen kann. Allerdings ist es natürlich sehr einseitig, weil man kann keine Fragen stellen, denn die Kurse sind schon vorab abgedreht. Wir aber wollen euch Kurse anbieten, in denen ihr auch Fragen stellen könnt. Heute habe ich ein paar ganz liebe Teilnehmer gefunden, die sich geopfert haben, für euch ein kleines Teaser-Video zu machen. In dem Sinne sage ich mal guten Morgen an alle. Wir sind alle live hier gerade bei mir, hier unter dem Dach zu Gast. Jeder ist bei sich zu Hause, jeder hat es gemütlich, jeder hat seine eigene Umgebung und seinen eigenen Computer. Wir haben Teilnehmer über den Rechner mit Webcam und Mikrofon. Wir haben aber auch eine Handy-Teilnehmerin, die sich eine App heruntergeladen hat und einen Tablet-Teilnehmer, der sich ebenfalls eine App heruntergeladen hat. Wie gesagt, wenn ihr euch einbucht, bekommt ihr dazu Informationen. Es ist auf jeden Fall für alle möglich. So, dann starten wir mal ganz kurz mit dem Kurs. Ich kann von hier aus erzählen, was ich möchte. Wir sprechen über das mehrfarbe Plotten. Miriam, die heute auch zu Gast ist, spricht über Software und unsere Papierkönigin wird eben über Papier sprechen. Es werden noch ganz viele neue tolle Kurse folgen, aber dazu erst später mehr. So, ich könnte euch zum Beispiel auch an meine Presse entführen. Ich kann euch auf meinen Tisch klappen. Wir können hier wirklich, wie in der Sprechstunde auch, ganz toll interagieren, aber eben, dass ihr mir Antworten und Fragen stellen könnt. Wir können auch das Ganze über die Software machen. Ich gebe euch jetzt mal ganz kurz einen Einblick. Ich schalte euch auf meinen Bildschirm frei. So, herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. Ich kann euch, beziehungsweise die Miriams, können euch dann auch die Software zeigen. Wir können hier gemeinsam Sachen einfärben, zerlegen. Wir können alles machen, auf was wir Lust haben oder worum es in diesem Kurs dann auch gerade geht. Wie ihr seht, die liebe Miriam Plottertante hat eine Markierung gemacht. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auf meinem Bildschirm ganz wild kommentieren, beziehungsweise könnt mir das Icon zeigen, könnt mich fragen, was das denn für ein Tier sein soll, was hier gerade bearbeitet wird. Also, es ist wirklich super interaktiv. Wir werden jetzt zu jedem Start, Kursstart immer darüber sprechen, dass es schön wäre, wenn man nicht gleich zwischenrein spricht, sondern die Hand vielleicht hebt, wenn man eine Frage hat. Das heißt, ihr seht, wiederum Miriam, unser kleines Quatschtantchen, hat eine Frage, hat die Hand gehoben. Dementsprechend kann ich, wenn ich meinen Satz beendet habe, die liebe Miriam dann auch ansprechen und kann sagen, was kann ich für dich tun? Ihr könnt, ich hole euch jetzt mal wieder zurück, ich hole euch wieder zurück, ihr könnt euch selbst auf stumm schalten. Das heißt, wenn euer Mann beschlossen hat, Arien zu singen, ist der Grund. Oder wenn es Schusterbuben regnet, könnt ihr das natürlich kurz auf stumm schalten, euch dann wieder reinholen. Ihr könnt auch das Bild kurz wegmachen, sollte ein nackter Mann hinten im Kreis rennen oder eine Frau, was nicht jeden stört, aber manche tut es das. Also ihr seht, es ist alles ganz einfach, ihr braucht überhaupt keine Angst zu haben. Alle hier sind glücklich, wir haben Spaß zusammen, verbringen eine tolle Zeit, eine feste Zeit, die wir uns wirklich endlich mal nehmen, um ein Thema zu lernen und nicht es irgendwie uns aus irgendwelchen Gruppen zusammen zu suchen. Wir werden nicht mehr mehrfarbig schichten, sondern mehrfarbig plotten. Wir werden die Software kennenlernen und wir werden einfach gemeinsam mehr Spaß machen. In dem Sinn, ich wünsche euch viel Spaß, bucht euch ein und wir alle wünschen euch einen wunderschönen Tag und sagt Kuchen! Kuchen! Kuchen!